Auf euch ist ein Kopfgeld ausgesetzt und ich werde dafür sorgen, dass es... Was habt ihr getan? Wachen! Magistra Vox gesetzt ein mächtiges Artefakt. Aber es ist sicher nicht stärker als das Tribunal. Ich will dabei sein, wenn die Wache euch schnappt! Ah! 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 Geht zum Vestor und helft Holgun! Garren kann euch... ...Geschön! Gelesen! 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 Das war's. Das war's.